dann wo ist denn da hat das auf das muss doch hier rechts irgendwo da ist doch weiter nicht durch kann ich die da gefahrlos ausschalten manche soll sie rauslocken die wachen aber dann darf nicht funktioniert was macht er da das läuft dass ihr oder dagegen die wand verdammt erst falsche richtung ausgerichtet das ist nicht in ordnung da oben ran es wird er bemerken ich muss wohl hier runter und sei genau unter mir sein ich komme hier auch auf eine art und weise hier war ich schon das geht nicht verdammt das heißt der ist mir im weg die ja weg bitte es soll nicht entdeckt werde ich will entdeckt bleiben für den bonus haben verdammt trotzdem komisch hier nichts sehen zu können okay die haben kurz was gehört war ich hier nicht gerade ja ja richtig prächtig oder war es das eine schon gewesen hier nee oder war nicht auch mano da ist nichts weiter ihr schweine doch schikane hier da endet das ding einfach ich da oben rauf wenn das noch höher schleichen bitte so jetzt aber für mich eine hohe umsehen können das geht sonst nicht tun wir ja leicht ich habe geräuschloses ausschalten gesagt das war nicht sehr geräuschlos unprofessionell verdammt rede ich um okay nicht okay ich sollte sicher gehen jetzt wird eigentlich muss das ordentlich teilen sonst schieß ich wieder entdeckt das kann nicht sein das darf nicht sein wenn ich wieder weg und so weiter aber es hat auch nicht hin alles sicher idiot aber das hat er gesagt das heißt also jetzt als sicher es läuft für mich trotzdem zu zweiter unten genau das wollte ich hören in meine schichtung da ist noch irgendwas na klar an der nase herum geführt inwiefern war es ein falscher falsches dingens oder was auch wenn sie jetzt ausschalten ich muss es versuchen ich weiß sonst einfach nicht gerade was sie bereits gedrückt aus irgendwie oder ich musste mal drücken und das war's dürfte bloß nicht die halbleichen gesehen das wäre ungünstig für mich nämlich auch noch meinen bonus das fix zur stelle wo ich weiterkomme und dann dürfte damit eigentlich durch sein da fehlt immer noch ein toll muss noch was finden ja supi ich dachte das klavier wäre das andere gewesen da muss mir volle kanne verarscht da bewegt sich auch nicht weg da vorne oder der hinten nur so begrenzt könnte ich also die ausschalten dann geht da hinten und den da hinten das dürfte funktionieren ich versuche es einfach mal habe ich gesagt und die anderen beiden gehen dann auch noch die muss halt auseinander stehen timing ist nichts überraschendes in einem stealth dingens gedöns aber ich sag es trotzdem mal hey du da der globus hat gerade geleuchtet ich brauche mal nur aus spaß an der freude das hier aha es ist ruhig zwischen den zeilen lesen aber diese kabel einen völlig irritiert die haben ja eindeutig zum piano geführten noch woanders denn das war ja alles falsch aber das meinte wahrscheinlich mit verarscht eben gerade als wir die büste gescannt haben gut okay aber ich habe was ich wollte die anderen beiden kann ich meinetwegen da rumlaufen lassen die dürften jetzt hier nicht mehr zu nahe kommen schätzungsweise ja aber ist jetzt das passiert und da muss ich jetzt das piano drücken benutzen damit das hier angeht kann ja auch sein oder wird aber hier ist ja nichts kann ich nicht aktivieren ich muss ja ein grund haben was man das piano oder verarscht aber wie gesagt ansonsten kann das piano diesen impuls auslösen anstoßen noch zwei geht es mit die andere wo ist das letzte persönchen das ist ja praktisch das da wurde ich gesehen sehr schön geht ja doch manchmal ganz gut level 13 hey und jetzt zu dir du bist eine beule von mir aber schneller ja so bin ich sei froh dass du noch lebst also noch was das ist habe ich von weiter weg alles gar nicht gesehen was sollen das start oder athena nach toll mehr ist es aber auch nicht aber ich werde mal das piano versuchen wie gesagt oder es die da muss zum weglocken der wache kann natürlich auch sein doof ist aus man sich nicht bewegen kann während man hier scannt so muss er ja neu scannen drücken wenn ich woanders bin und was neues zu sehen aber hier scheint nichts mehr zu sein was zum teufel wo sollte jetzt hin türchen öffne dich das war eben nicht da jetzt alle gesehen ich dachte nur davor da war nichts mit aktivieren oder war es jetzt doch durchs piano ausgelöst glaube ich nicht nein habe ich nicht habe ich erwähnt dass das spiel ein oder zwei oder 200 fache back verseuchung bietet tut nämlich eine geheimtreppe auch schon gemerkt ist nicht gut wieso ich habe sie gefunden das ist doch wohl gut jetzt wird satanisch hier sehr satanisch und dunkel glockenturm ich habe eine geheimtreppe gefunden gerade der eule runter kontakt abgebrochen glockenturm ich sehe nichts sehr schlecht du dich mal so toll modus amt kann auch nichts senden sobald möglich standbild oder sowas ich habe standbild das ist nicht gut war nur ein schluck aufgewiesen trotz ich weiß ich habe jetzt so sollte gerade das standbild war weil es ja nicht bewegt hat gerade nicht geatmet hat und so weiter das habe ich nicht beabsichtigt aber dann bezahlt ist jeder sowas wie eine eule könnten sogar mehrere rollen sein oder auch gar keine eule warte kurz perspektiv spielerei habe das finde ich ja cool wie geht so ein papagei seien achte das ding durch wahrscheinlich oder auch nicht hat was eulen artiges auf jeden fall es ist gar nicht beabsichtigt das ist kein zufall oder davon abgesehen ja folgt der blutspur ich bin noch hier davon geht sich auch noch weiter ok ist ja noch eine geheimkammer ja sieht so aus wie seltsam die blutspur führt direkt zu der wand wo wie seltsam wie gesagt eine geheimkammer eine geheimkammer aber es gibt immer einen ausgang nochmal das sind die eulen leute ist keine ganz so klassiker klassischer aber modernerer klassikers man hinter der geheimtür noch eine geheimtür hat aha einmal ist das hier möglich ja oder eben schon machen finde ich aber cool so was immer ist zwar ein bisschen das hat etwas bewirkt ja eine eule eindeutig wenn es so echt die papagei also mal kamera das war ich nicht nur so wie ein papagei aussieht ist irgendwie ulkig okay das kann auch natürlich ein alter sein warte also das hier gehört nicht ganz zu einer eule oder oder auch vielleicht doch was sieht ein bisschen befremdlich aus der bus ist der art der eulen sieht stets was in gotham vor sich geht ok wo kommt das jetzt hier besser hat trotzdem wissen was im papagei irgendwie er dauert in den schatten hier ist der aderschein ich muss anders machen krallen gehör nach vorne aber irgendwas scheint trotzdem nicht zu stimmen am ende muss ich alles nach rechts drehen ist natürlich schön doof bei per se sie ist doch soweit richtig aus was das hier warte egal bei dem hier bin ich mir nicht ganz sicher doch natürlich wie das ist so komischer schatten der aus aber ich bin ja mal durch das hat nichts bewirkt meine per se sieht das eigentlich richtig aus aber kann halt sein dass das ganze komplett einmal gedreht werden muss was passiert wenn ich das hier mache ja gar nicht ziemlich schön doof aus dann doch niemand nennt den namen es könnte auch fast stimmen irgendwie also ohne jetzt russ zu bewegen meine ich ich war jetzt nur sicher dass sie gerade da müssen wenn der kopf auch nach da zeigen der ist man dieser fügel kann auch stimmt tatsächlich mit dem hier wiederum dass ich ein bisschen komisch aus nee ja ich weiß es nicht wenn ihr mich fragt habe ich es bereits gehabt wollte aber nicht ich weiß auch die symbolik ist ein bisschen komisch wenn die eule den neuen typ der angreift so wie es aussieht im prinzip gerade ich finde es andersrum schon irgendwie sinniger ich finde dieses komische symbol der am flügel oben dass das irritieren das sollte da nicht sein ja wieso warum was habe ich habe darauf gezielt wieso ist jetzt aufgegangen zeitbezögerung dass ich ewig ich war der was zum glück habe ich ein bisschen gewartet gerade bezielt dass ich weitergemacht und wenn wir nicht kommen dass sie auch toll ist ja merkwürdig gemacht gerade verzögerung waren völlig sinnfreien formen gift gas was das aber aber das muss drogen die ernehmende mit stecke war wert war aber auch wirklich was soll das wir haben bestimmt drogen genommen werden oder sowas wenn du das hörst pinguin hat die wahrheit gesagt der war der eulen er ist real habe ich dadurch ich sehe nicht recht wo ich durch kam gerade weil sie war dazu sind nichts hier nach muss einfach da gekommen sein naja klar sie aber sieht so gar nicht nach einer warte dass sie sich auf öffnen kann aber soll es jetzt mal da und ich bin sehr froh drüber denke ich naja eulies durch taucher an die kamera die nass kalt ich werde ganz ganz speichern raus aber jetzt ziemlich fertig mit der aufnahmezeit aber er speichert gerade weit das wohl runter geht ein paar minütchen habe ich noch das wäre zu knapp ungünstiges timing hier weiter zu kommen gerade ja was ja ja musik komischer toter hund tot hat den weg für unsere neue ab geebnet gut aber du solltest vorsichtig sein du sie schniffeln mein schätzchen und nun zum anderen problem die senatoren wurden bestochen sie verabschieden die den prof anfang nächsten monats ja der ist tot definitiv der ist ausgestopft wenn überhaupt creepy hast du Angst vor Mäusen weg dem Ben verweichlicht wirkliches Vieh oh ist das so komischer troll da oben ach so ist neul ähm so aussieht troll auf den ersten blick speichern ich muss wohl an ihnen vorbei speichersymbol ach verdammt aber im prinzip wurde eben grad gespeichert richtig also bevor ich reinkam also ich werde bestimmt da wieder aufhören ich würde sagen ich riskier's denn denn ich riskier's einfach mal und beim nächsten mal machen wir weiter an der Stelle würde ich sagen und ja es wird ein nächstes mal geben denn es gab heute keinen einzigen Absturz nach einer stunde ich bin sehr froh und wir sind sowieso innen drin ich glaub innen schürzt es auch nicht wirklich ab eher in der open world hab ich noch nicht so ganz rausgefunden ob nur in der open world passiert oder auch mal hier ich glaub das hab ich sehr bewusst in der open world gewesen ist auch egal so weit so gut ich freu mich hier zu sein jetzt dahin gekommen zu sein und so weiter und äh wir sehen uns beim nächsten mal wieder bei Gotham Knights bis dahin gehabt euch wohl Ciao Dich vergessen böse Mine zum semi guten Spiel mhm